Mein Name ist Thomas, ich sitze seit ungefähr 30 Jahren schon im Rollstuhl. Mir hat im Heim nicht gefallen, dass mir im Grunde jede Selbstständigkeit in seinem Teil, aber am Leben und an der Gesellschaft genommen worden sind. Damals habe ich Herrn Stegemann von Sozialum kennengelernt. Er stellte mir das Modell mit Assistenten vor, dass es eben auch einem Menschen mit Behinderung ermöglicht, in einer normalen Wohnung zu wohnen und eben auch so am Leben teilnehmen zu können. Hier ist es der Verwärter in der Zukunft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.